Hey. Ach Quatsch, wir müssen doch nach oben. Boah, ich hab auch Bock, irgendwie hier zu trainieren, ehrlich gesagt. Weil... ...die kamen schon ganz gut. Das Problem ist, dass... ...ich natürlich auch dadurch Monster fangen würde, ganz gerne. Aber... Ah, du hast noch nicht alles gelernt, das ist doof. Das hier ist ziemlich nice. Das hat uns echt den Arsch gerettet gegen den Boss. Drücker, ja. Hier könnten wir noch ein bisschen... ...was lernen. Das ist auch ganz nice. Können wir noch ein bisschen overwiden. Wird jetzt hier ein Auto lang? Ähm... Ja... Gero Demons! Ja, nur zwei Assists, ey. Ist ja lame. Ob es da auch... ...so versteckte... ...Partner gibt? Ja, komm. Ja... Dann zeig mal. Dann zeig mal. Okay. Moment. Okay, wir haben keine... ...keine anderen Monster. Okay. Verteilung erhöhen. Hast du irgendwas? Ich würde ganz gerne wissen, was ihr könnt. Blitz. Du hast Tharunda. Das bringt mir nichts. Und du hast... Du kannst nur heilen. Er hat gesagt, ich soll innerhalb von fünf Zügen gewinnen. Hm. Aha. Ist das also der... ...der Knackpunkt? Ich muss ja wissen, wie du eingreifst. Hier geht's! Ja, super. Okay. Okay, das war nicht deine Schwachstelle. Okay, es war anscheinend falsch. Blitz? Nee. Boah, kein Blitz. Okay. Deswegen hasse ich das. Oh. Schwut. Ich unterstütze dich! Hm. Ja. Ja, jetzt kommt so zu. Seine mächtigste Attacke. Die kann ich nicht überleben. Ja. Ja. Die hätte ich nicht überleben können. Ich hasse solche Quests, ganz ehrlich. Und die gucke ich am besten immer nach. Ich hasse solche Quests. Achso, ja. Hey, warte mal. Ach, das war gar nicht eine Dings-Quest, sondern einfach so finden, sondern ich muss zu einem bestimmten Ort hin. Geh weiter mal hin. Wir müssen ja eigentlich stark genug sein für das. Dann machen wir schnell die Neben-Quest. Du-du-du-du. Halt, falsch. Ich hab noch nichts gegessen heute. Also noch nichts Richtiges. Hä? Bin ich doof? Ach, ja. Ja, ja. Hm. Okay, zurück. Falsch gelaufen. Walsch gelaufen. Da ist ein... Aber warum? Aha. Also ist hier was. Okay. Aber bestimmt nicht hier drinnen. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ist nichts. Ey, man kann doch immer noch versuchen, wie bei Dark Souls, einfach eine unsichtbare Wand zu finden. Das ist der Kinshi-Show-Jur. Also das wäre jetzt flügelig, wenn ich jetzt den Typen so mitnehmen muss, um halt irgendwas zu zerstören damit. Ich muss nach Osten, hat die Quest gesagt. Sie hat wieder was gefunden. Sehr schön. Scheiße. Abgelaufen. Medizin. Naja. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn da hin? Willst du hier runterjumpen? Nee. Wie komme ich denn da unten hin? Hm. Das ist interessant. So. Send away. Ah, hier sind wieder so viele Relikte, ne? Oh Gott, hier sind wirklich viele. Viele. Na gut, gibt ein bisschen Geld. Hat sich auf jeden Fall... Also wirklich wenig Geld, aber... Hat sich auf jeden Fall... Schon mal gelohnt. Was ist denn? So. Wir kommen ja hier nicht in die Außenwelt, ne? Nee. Wo war denn das mit der Außenwelt? War das hier hinten? Oh shit. Leute, echt jetzt dein Ernst? Okay. Talken wir mit dir. Haben wir das schon lange nicht mehr gemacht. Liebe Kanal Flanken. Verzweit. Ach nee, komm. Autsch. Ach, jetzt ist die wieder tot. Ach. Ey, das ist so schlimm mit diesen blöden Antworten. Ja, super. Kannst du mich in meinen Main kaputt machen? Komm jetzt. Ja. Ja. Can't escape. Well. Hier, kriegst einen. Ja, kriegst auch. Ja, komm. Hier, kriegst du auch. Okay. Hauptsache, yeah. In meiner Gruppe drin. So. Wie wär's denn mit nem schönen... ...Minding Claw. Schön ausgewichen. Och, ey. Und was warst du denn schwach? Ah, bin ich. Okay. Ich sag's dann noch mal. Wie wär's denn mit nem schönen... Alter. Was gibt's denn denn? Dort hier. Weg mit dir. Ah, es ist mein eines Monster wieder tot, ey. Ich fass es nicht. Aber... ...ich hab dafür ein Oni. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was ist denn das hier? Hä? Gab es hier nicht ne... Nee, warte mal. Gab es nicht. Ich hab mich in die Irre führen lassen. Egal, wir haben trotzdem nen Oni. Das ist ganz gut. Nein, 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 nein. So. Ich hatte irgendwie was anderes am Kopf. Also... Egal. Weil da kommen wir ja nicht hin. Da ist ja wieder... Da ist ja wieder das andere. Aber... Ach, wie doof. Ja, genau das hab ich gesucht. Hä? Warum geh ich denn jetzt... In einem Monster geh ich doch jetzt nicht wieder... ...zurück? Nee, wegen einem Monster geh ich jetzt nicht zurück. Ich mach jetzt die Quest. Wenn sie... ...mir hilfreich sein könnte mit ihren Fähigkeiten... Nee, nee, nee. Das machen wir jetzt hier. Wir haben ja Oni. Das funktioniert. Oni. Oni, Oni. Oni, Oni. Oni, Oni. Sind die schon wieder bei 8 Stunden, ey. So, im Osten soll hier ne Leiche sein. Boah, scheiße, Mann. Warum spawnt der da raus? Haha. Oh, nice. Und jetzt. Das wird langsam voll hier. Vorbei. Nein. Äh... Ja. Toll. Ich kriege ne Nachricht, wenn... Hier ist der Sky Tower. Stimmt. Gut. Da hätte ich auch von Grünstein da hoch gehen können. Da wäre ich genauso hingekommen. Ist der... Egal. Okay. Okay. Asacusa Land. Oben. Ist das hier? Hey. Okay. Okay. Das ist... Das ist nach... Ikebukura. Das ist später. Okay. Wir müssen aber trotzdem jetzt irgendwie mal... Den... Das war nice. Irgendwann den... Typen hier mal finden. Am Asacusa Land. Gleiche. Einfach nach Osten. Aber... Ja. Nicht doch. Da unten ist doch die... Main Quest. Oder nicht? Das ist die Main Quest. Bestimmt. Ja. Bla 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 bla. Wir sagen euch Bescheid. Nie ohne Seife waschen. Also nach rechts. Ey das... Das kann nur in dieser Domäne hier drin sein. Mal speichern. Ich hab ja... Zwei Items... Eingesammelt. Dann gehen wir da mal kurz rein. Ja. Ich hab's geahnt. Wird mir mal gespannt. Was sind hier für Monster drin? 19. Ähm. Also 19 ist schon... Bisschen heftig. Okay. Der hat einen hohen Hosen. Das ging Eis. Blitz. Blitz. Okay. Hast du... Hast du irgendwas gegen alle? Nee. Komm. Giftschlag. Okay. 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 Eingriff. Sehr schön. Schön vergiftet. Immer schön... Sukukai. Damit wir schön ausweichen. Und... Schade. Und... Und nochmal einen Blitz. Auf den. Und... Nehmen wir einen Preußen auf den Typen. Hehehehe. Ja. Einmal schön hochheilen. Das ist super. Einmal schön... Magie-Attacken erhöhen. Und... Und... Damage. Und Schränk. Auf allem. Geil. Drauf da. Tausend. Toll, dass... Das Dingsbums nicht mehr lebt. Ein Quiz... Ja. Das brauchst du auf jeden Fall... Ey, ich will das auch lernen hier. Das hier. Und der Hacker. Sukukai ist ziemlich nice. Das hätte ich auch ganz gerne. Aber ich habe nicht so viele... Slots. Ja. Kling Know How. Hm. Hm. Du bist Level 15. Das ist auch ganz gut. Ja. Die sind leider etwas stark. Diatumuru. Instant Kill. Ach, da unten steht sogar. Smoking Instant Kill. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Wollen wir das? Hm, hm, hm. Mudo könnte vielleicht auch helfen, wenn wir das lernen später. Aber bisher können wir das nicht lernen. Wir haben zwar... Ja, komm. Mach weg. Ja. Kannste lernen. Oder verlernen, besser gesagt. So. Nice. Ähm. Ich denke mal wirklich, dass wir hier dieses... Oval von KO benutzen werden. So. Um einfach... Ein bisschen zu leveln halt. Also sieh hier. So. Hat sich ja... Auf jeden Fall gelohnt. Oh, jetzt gibt es hier wieder keine Karte, ne? Und wenn bei den... Dämonen... Ach du Scheiße. Ah, was ging... Was war in der Schwach? Gegen Feuer? Ne, gegen Feuer war der stark. Okay. Eis? War das wirklich Eis? Eis? Ja, okay. Oh, nice. Schöner Quit. Wir können aber auch noch Blitz machen. Kriegen wir den Zug auf jeden Fall. So. Wir haben jetzt zwei... Züge zum Ausweichen. Ausweichen sage ich. Hallo? Also... Mal ganz ehrlich. Gibt's doch nicht, ey. Das gibt es nicht. Das wird es nicht. Nicht schaffen wir. Ach, Mann. Das ist nicht reicht. Ja, noch ein Zuke bekommen. Das wollte ich ja eigentlich. Ich kann leider keinen Sokukai mehr machen. Wir versuchen mal den hier zu killen jetzt. Haben wir noch nicht geschafft. Jetzt stück doch eigentlich. Geht doch. Nochmal drauf da und... Yes. Wieder Dizzy bekommen. Ist okay, ist okay. Okay. Okay, sie wird angegriffen. Hallo. Ausweichen vielleicht mal. Ausweichen. Du weißt, was es ist, ja? Ausweichen. Nicht getroffen werden. Mal ausswappen hier. So. Ein bisschen heilen jetzt, ja. Los, Angel. Heil uns ein bisschen. Und... Yes. Sehr schön. Gauern. Ach, ja. Quatsch. Genau. Der schöne Blitz-Attack. Und jetzt noch ein Quit dahinter und... Jetzt noch ein hier dazwischen. Und noch ein Angriff dazwischen. Doch nicht. Scheiße. Weich aus. Ich hab drei Viecher, die einen hohen Ausweichwert haben. Drei Viecher. Beziehungsweise vier. Also drei hatte ich, aber... Alter. Ich glaub, das Spiel verarscht mich mit dem Evade. Dass es hier keinen Evade-Wert gibt. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session. Wir müssen sowieso Ende machen. Ich hab ein bisschen Hunger. Bisschen was essen. Stolle mit Brot. Falls jemand fragen möchte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme-Session von Shin Megami Tensei Apokalypse 4. Oder so. Tschüss.